Warnung! The stunts in this movie were performed by professionals. So for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you are about to see. I think the card only looks really cool, here is black, here is green, there is Tabasco on top, here on top the einzelnen sodden, here on top is a look, so that you can see the einzelnen Tabasco Pappkartons from the Tabasco Flasches and here is all of this wissenswerte to these Tabasco Soces. Wir wollen die heute mal testen, wir haben uns Nuggets gemacht, jeder hat eine Packung Nuggets, diese guten Ableben Nuggets da aus dem Rewe Sender oder so. Aber ich muss sagen, sie sind gut. Haben die jetzt hier warm gemacht, auf dem Weg hier her sind die bestimmt wieder kalt geworden, das ist egal, da müssen wir jetzt durch und dann mal schauen. Jetzt muss ich euch aber verraten, wir haben das gestern schon mal gemacht, schon mal gedreht auf dem Balkon, da war es so eng, das war so komisch. Ich habe zum Hannes gesagt, ich bin nicht zufrieden, wir müssen das nochmal drehen. Wie das gestern ausgesehen hat am Ende, das können wir ja mal kurz hier einblenden, damit ihr seht, dass wir gestern schon richtig gelitten haben. Jetzt laufen auch schön die Augen, die Augen drehen, der Rachen brennt. Also ist nicht so, dass man nichts merkt, man merkt was, man versucht es aber immer auszuhalten bis zum Ende. Und wenn dann alles runterläuft, weißt du, der Tag ist perfekt. So, und genau wie gestern wollen wir natürlich auch heute am Ende wieder die Mad Dog 357 aus 6 Millionen Scoville-Pepper-Extrakt heranziehen und antreten lassen. Fangen wir aber jetzt mal mit dem ersten Teil an, die ganze Zeit hat es geregnet, jetzt ist die Sonne wieder da, das ist okay, da gehen wir durch. Das erste ist eine Jalapeno-Sauce, dann eine Chipotle-Sauce, dann eine Red Pepper-Sauce, dann eine Habanero-Sauce und dann eine Scorpion-Sauce. Wir machen den Beutel auf, ich glaube den Karton kann ich im Endeffekt eh wegschmeißen, weil der ist halt nicht so stabil, wie er eigentlich sein sollte. Ist unten eh schon ausgefetzt. So Dresdner ist jetzt alles. Sind noch nicht in Dresden, was machst du da? Nicht, noch nicht. Wir sind noch nicht in Dresden. So, jetzt habt ihr hier die einzelnen Packungen. Wir fangen an, hier steht Shake Well Mild, da steht alles drauf irgendwie im Holländisch, ich habe keine Ahnung, eine grüne milde Jalapeno-Tabasco-Sauce. Wir werden immer zwei Nuggets pro Tabasco-Ding essen. Gestern mussten wir noch den Nippel abziehen, heute ist der Nippel schon weg. Schütteln wir ganz kurz, haue ich mir drauf, haue ich Hannes drauf. Haben wir hier schöne Nuggets mit Gabel. So, die sieht sehr cremig aus. Einmal für dich, ich haue mir schon mal rein. Jo. Schön mild für den Anfang, richtig genial. Wir haben heute auch noch nichts gegessen. Es ist das erste, ich glaube es ist gleich 16 Uhr, wenn es so weiter geht, das ist die erste Mahlzeit, die wir heute zu uns nehmen. Und man merkt halt trotzdem eine sehr prägnante Essignote und diesen typischen Jalapeno-Geschmack, den man hat. Und es ist angenehm, man kann es so einfach essen. Ich habe Angst immer noch, ich muss es so rum machen. Ich habe nämlich Angst, wenn die Soße drauf tröpfelt, dass die so schwer ist, dass das das Nugget einfach von der Gabel runter schiebt. So, also von der könnt ihr euch richtig gut gönnen. Die gibt es ja glaube ich auch ganz normal im Handel, im Rewe stand die immer rum. Die rote und die grüne sind wohl die, die am meisten irgendwie im Umlauf sind, sagen wir mal. Bei uns im Rewe ist sogar so, da gibt es die grüne irgendwie gar nicht mehr, da steht nur noch die ganz normale rote. So, das war die Jalapeno-Sauce, eins von fünf Schärfe. Finde ich angenehm, finde ich gut. Guten Hunger! Sauber, die Wespe nicht mit esse. So, pack mal die wieder hier rein. Kannst du nichts weiter großartig dazu sagen, kannst du dir auf eine Pizza machen und dann kannst du dich freuen. Als nächstes käme die Chipotle-Sauce. Das ist die. Hier steht schon ganz groß auch drauf Barbecue. Eine Chipotle-Barbecue-Sauce. Special Barbecue stehe ich hier hinten nochmal. Hier sind auch kleine Bildchen diesmal drauf. Zu marinieren. Für Barbecue-Sauce machen. Für keine Ahnung was. Man kann es halt nicht lesen. Ist alles marinieren. Bestriken. Bestrikjaiken. Und schnelle Sauce. Da sind auch Rezepte mit drauf, die ihr nicht lesen könnt. Auf holländisch. Die haben wir gestern ja auch schon probiert. Will ich euch spoilern? Ich weiß nicht. Hat eine leicht raurige Note. Ist auch schön braun. Wie eine braune, raurige Chipotle-Barbecue-Sauce. Die wirkt flüssiger. Die andere war ja eben ein bisschen dicker, gummiartiger. Die wirkt flüssiger, spritziger. Knallen wir jetzt mal hier drauf. Diese schöne braune. Irgendwie ist da gerade was, was den Ausgang verschließt. Und obwohl die in der Flasche flüssiger ist, ist sie, wenn ich es aufs Nugget drauf stelle, irgendwie wie Pflaumenmus. Die liegt nämlich einfach drauf und läuft nicht runter. Die verändert ihre flüssige Konsistenz zu einem Brei. Die grüne Jalapeno ist dann runtergelaufen. Die nicht. Die liegt drauf in einer Pfütze. Die ist einfach nur genial. Die ist genial. Die ist richtig genial. Die müsste schärfer sein wie die erste. Aber ich merke von Schärfe jetzt absolut gar nichts mehr. Meiner Meinung nach ist sie genauso scharf wie die erste. Deswegen merkt man keine Steigerung. Ich habe jetzt so eine schöne rauchige Note gerade. Ja, richtig. Hier ist auch der Essig nicht so präsent. Das heißt, die lecker für einen Barbecue-Burger oder irgendwas. Eine Chibottel, rauchige Barbecue-Sauce. Das ist richtig stark. So sieht es aus. So, hier ein zweiter Nugget. Prost. Kommt hier rein. Steht auch nochmal drauf hier oben. Smoked Tabasco. Wie ihr auch das Etikett nochmal seht. Von der Smoked Tabasco. Finde ich gut. Also, wenn ihr die kennt, dann schreibt es mal rein. Bin mal gespannt. Vielleicht habt ihr die ja trotzdem schon mal entdeckt. Schon mal getestet. Als nächstes käme die Red Pepper Sauce. Das ist eigentlich der große Bruder von der normalen Grünen. Weil das ist die, die im Rewe auch mit am häufigsten ist. Oben steht KOKKEN MET Tabasco. Wie du also mit Tabasco kochen kannst. Da sind ein Bildchen drauf hier von einer Pizza. Da ist eingegreist, wo überall ein Tropfen Tabasco drauf ist. Das müsste die sozusagen, sagen wir mal, original Tabasco-Soße sein, die jeder kennt. So kennt man Tabasco. Einfach rot. Hauen wir uns jetzt auf das nächste. Nackige Nugget. Nackige Nugget. Jawohl. Ich glaube, da hat man aber eine Stärkerung der Schärfe gemerkt. Ja, da ist dann die angestiegen. Die wirkt halt wieder flüssiger, sodass sie gleich wieder runterlaufen könnte. Da ist bestimmt wieder mehr Essiganteil. Das hat für mich jetzt gerade in dem Moment nur nach Essig geschmeckt. Richtig extrem Essigpräsenz, wenn du vorher die raurige hattest. Stimmt ja. Wo ich mir denke, wer braucht dann eigentlich die grüne? Also wenn du sagst, dieser Essiggeschmack stört dich nicht, greift lieber gleich zu roten. Grüne brauchst du gar nicht, weil auch die, obwohl die 3 von 5 ist, ist nicht unbedingt deutlich schärfer. Man merkt ganz bisschen ein kleines Priggeln im Hintergrund. Aber ansonsten ist das völlig normal, schön, eine würzige Soße zum so trinken, äh, essen. Finde ich gut, Hannes, dass du schon zupackst. Jo. Damit wir auch nicht so lange hier rumeiern. Ihr mögt ja keine langen Videos. Knall ich mir auch noch mal drauf. Ein zweites. Ja, mit. Wunderbar. Auf ein gutes Klingeln. Aufs Bein runtergelaufen. Man, man, man. Ich hab damals so oft die gekauft. Hab die auch wirklich überall, egal was ich gegessen hab, die immer mit drauf gehauen. Hab immer gesagt, boah, das kann doch keiner bezahlen. Fast 5 Euro so eine Flasche oder so. Und dann hält die immer nur einen Tag. Normalerweise verbrauchst du die in Ewigkeiten. Weil du ja nur kleine Tröpfchen nimmst und die dadurch halt gut dosierbar ist. Aber ja, so ein richtiger Tabasco-Freak. Dann haut die sich komplett rein und dann hält die trotzdem nicht so lang. Dann haben wir als nächstes hier in Orange Habanero-Sauce. 4 von 5. Hier unten gelb. Oben wird's rot. Some like it hot. Ihr habt da einen Schaschlik-Spieß drauf. Hier extra steht noch mal Habanero-Sauce. Habanero Tabasco, das sind Flammen. Da steht noch mal hot. Das sieht schon gefährlich aus. Gestern zum Abendbrot habe ich von Fuego diese Habanero-Sauce gehabt. Für die Pizza ist halt eher eine Billigmarke. Kann man das so sagen? Ich meine, Fuego ist ja eigentlich eine Marke. Jeder kennt Fuego. Aber es ist billig. In dem Sinne, weil so eine Flasche Fuego Habanero-Sauce kostet, glaube ich, 1,79 Euro. Wofür du hier ja wieder schon fast 5 Euro bezahlen würdest. Darf man da also Billig-Sauce sagen, wenn die günstig ist? Oder ist Billig-Sauce gleich wieder eine Beleidigung? Aber Nero? Aber ich würde sagen, die, die wir hatten, das waren Billig-Sauce. Weil die einfach noch gar nichts geschmeckt haben. Das ist ja wieder was anderes. So No-Name-Sauce, die einfach nur nach Essig schmecken. Und das sind Billig-Sauce von der Produktion und Geschmack her. Aber Fuego ist eine günstige Alternative zu Tabasco. Das wirkt auch wieder ein bisschen breiartiger. Das läuft nicht so extrem runder wie die grüne und die rote. Aber Nero ein bisschen dicker, bleibt noch liegen. Eine schärfe Steigerung merke ich jetzt auch gerade nicht unbedingt. Aber einen irgendwie angenehmen Geschmack. Ja. Ohne dieses extreme Essig-Feeling. Also Habanero auch immer super, immer gute Soße. 4 von 5. Kannst dir sagen, brauchst du eigentlich die anderen alle nicht. Kauf dir gleich Habanero-Sauce, mach die drauf. Hast du den störenden Essig-Geschmack nicht so sehr. Richtig, richtig, richtig gut. Hast trotzdem eine angenehme Soße mit einer angenehmen Schärfe. Habanero-Sauce von Tabasco. Sieht halt hier auch sehr edel aus, weil gerade hier oben um den Hals. Dieses Grüne ist so, naja, so metallisch. So metalliertes Grün, wenn man das so sagen kann. Jetzt bleibt genau noch eine übrig. Das ist, glaub ich, die Lieblings-Soße vom Obibo. Die Scorpion-Sauce. Mit Scorpion-Chili. Extra hot in Schwarz. Extra hot Scorpion Peppers mixed with your Tabasco-Sauce for a seriously hot taste. Scorpion-Hot. The hottest sauce in our Tabasco-Brand family of flavors. Extra hot Pizza. Make everything better. Das sieht gut aus mit den großen Bildchen. Das ist die einzige, wo das Wort Tabasco auf der Seite steht. Ganz groß. Hier auch nochmal, make everything better. Hier oben drauf und ein Strichcode. Dann, wie gesagt, habt ihr hier die Flasche nochmal abgebildet. Und dann hinten noch ganz viel Text. Schwarz, das so stehend, wirkt auf jeden Fall schon richtig brachial. Jetzt habe ich aber ein Problem, was ihr gleich merkt. Die sieht auf jeden Fall, ja, die andere rote war irgendwie mehr durchsichtig. Die sieht auch schon wieder irgendwie cremig aus. Breiiger, hellrot. Das müsste die schärfste sein. Da muss sich jetzt eine Steigerung merken, sonst macht das ja alles keinen Sinn. Du siehst hier drauf, es lässt sich gut dosieren. Es läuft nicht einfach raus. Es ist trotzdem wieder ein bisschen zusammenhängend. Also eine leichte Art Brei. Was mir sagen würde, dass vielleicht auch der Essiganteil nicht so groß ist. Und deswegen läuft das nicht so extrem. So, es riecht schon so wie Spülmittel. Hauen wir mal rein. Einen guten Hunger. Da merkst du auf jeden Fall schon einen guten Unterschied. Du merkst sofort, also erstmal hast du einen ganz komischen, für mich sehr unappetitlichen Geschmack. Das haben wir auch gehabt, als wir die Chilis von Brainy getestet haben. Der hat uns ja auch Habaneros zugeschickt zum Testen Chilischonen. Der hat auch die Stendalatot dabei gehabt. Wir hatten die Carolina Ripa Chilis so. Gerade die Thai Chilis und andere beim Reinbeißen, die haben so einen seifenartigen Geschmack gehabt. Ja. Ist ja ein komisches Stoff alles dabei. Schärfe war meistens dann erstmal okay. Aber dieser seifige Geschmack hat halt immer irgendwie total weird geschmeckt, wo man denkt, muss das so sein. Dieser Seifengeschmack ist hier halt auch mega präsent. Es ist die schärfste Soße von den fünf. Das merkt man. Es bitzelt alles, es brennt alles im Nachhinein hin und her. Aber dieser Seifengeschmack ist für mich absolut gar nichts. Das heißt, alle anderen fand ich geschmacklich besser. Das ist die schärfste, aber das ist die, die mir gar nicht schmeckt. Leider. Ja. Das ist seifige halt einfach. Ich meine beim zweiten Mal jetzt, bei dem zweiten Nugget habe ich so gedacht, der Geschmack hat irgendwie was. Aber eine Sekunde später habe ich schon wieder gedacht, ne. Also irgendwie es lockt einen an und man denkt, wow, was ist das denn? Aber irgendwie finde ich es halt total chemisch und ist halt irgendwie absolut nicht meins. Wir haben jetzt aber noch einen Endgegner. Und zwar die Madoc 357 Hot Sauce aus 6 Millionen Pepper Extrakt. Die hauen wir uns jetzt drauf. Hannes? Denk dran, nicht so viel. Ja. Hannes hat gestern nämlich aus Versehen sein komplettes Nugget damit eingesaut. Das war nicht so cool. Da musste ich mit meinem Nugget an seinem Nugget rumreiben, damit da ein bisschen was abgeht. Also da nehm wirklich immer nur einen Tropfen raus. Guckt halt vorne rein, wenn es angelaufen kommt. Ein Tropfen reicht eigentlich, um einen ganz großen Bohnen für eine ganze Schulküche zu würzen. Also nicht für die Schule. Die können das ja nicht ab. Und eigentlich soll man die auch nicht unverdünnt zu sich nehmen. Aber wir haben ja die jetzt verdünnt mit Nuggets. Die ist die schärfste. Die kommt heimtückisch. Die kommt von hinten. Einen Tropfen. Wunder. Perfekt Hannes. So muss das aussehen. Jeder hat jetzt genau einen Tropfen. Nein, der war aber komplett pentech damit. Wenn ich noch Aufnahmen davon habe, versuche ich sie noch reinzuschneiden. Ja, genau so. Wenn man das gesehen hat. Die ist eigentlich geschmacksneutral. Weshalb man die so gut nehmen kann, um Speisen zu würzen. Aber ich weiß nicht warum. Ich sage es immer wieder dazu, wenn wir die essen. Die hat plötzlich so eine pflaumige Winternodengeschmack. Angenommen, wenn du die isst. Dass du erstmal nur so einen Wintergeschmack hast. Direkt keine Schärfe. Und dann plötzlich kommt die Schärfe an. Und dann merkst du das richtig. Und die kann dir auch schön dickfett Magenkrämpfe beschweren. Ja gut, zum Glück habe ich die gestern nicht gehabt. Aber es ging. Erstmal Geschmack und keine Schärfe. Und dann breitet es sich langsam aus. Dann kommt das langsam durch und macht noch was. Aber definitiv jetzt ist es besser als gestern. Weil es auch weniger ist. Und überhaupt. Wir haben jetzt beide noch zwei Nuggets übrig. Hannes hat gestern schon gesagt, sein Liebling war die Chipotle mit dem rauchigen Geschmack. Das heißt, wir werden die letzten zwei Nuggets jetzt nochmal mit der Chipotle essen. Weil uns die am besten geschmeckt hat. Ich hau mir kurz drauf. Du haust hier drauf. Dann beende ich das. Jawoll. So. Die liegt halt so gut auf. Das finde ich richtig toll an der. Das ist wirklich ein Geschmack, der auch interessant ist. Aber dann nicht eklig abdriftet, sondern interessant bleibt. Ja. Wenn man eigentlich gleich noch eins machen möchte. So. Wie sieht es bei euch aus? Gibt es jemanden, der noch nie Tabasco gegessen hat? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten habt ihr auch schon mal das Scorpion Tabasco getestet. Schreibt es rein. Und kennt ihr das? Tabanero oder Chipotle? Oder welche kennt ihr? Welche kennt ihr nicht? Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses und euer Hannes. Macht es gut. Ciao. 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 Ciao.